Hallo zusammen, 30 Seconds German with Henry. Drei Dinge, die man mit dem Weihnachtsgeschenk verbinden kann. Also der erste, überreichen. Der zweite, entgegennehmen oder annehmen. Und der dritte, auspacken. Und jetzt die Frage, welches Weihnachtsgeschenk würdest du dieses Jahr bekommen? Schreib bitte in die Kommentare. And that's 30 Seconds German with Henry for today. Hope you like it. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.